so wie der millimeter genau ausrichten bitte lass es ein tipp sein und keine münzen bitte lass es ein tipp sein und keine münzen bitte fick dich fick dich eine rostige eine alte rostige muskete hier haben wir schrotkugeln ich denke nicht dass das so geht ich sollte die muskete laden ja hier sind doch schrotkugeln ich denke so funktioniert das nicht nee überhaupt gar nicht so funktioniert das auf gar keinen fall noch ein hammer hat ich muss in angst einjagen wie wäre es mit einem feuerberg auf dem platz aber ich kann das nicht laden mit den schrotkugeln habe ich das richtig gesehen oder habe ich nur den pixel nicht getroffen scheinbar scheint das wirklich nicht zu geben man steht aber daneben ich brauche schießpulver schießpulver und schrotkugeln verstehe verstehe das sieht aus wie ein pulverfass aus leerer pulverbehälter dann holen wir uns mal ein bisschen pulver ja voller pulverbehälter danke muss ich jetzt im inventar noch zusammenfügen voller pulverbehälter schrottkugeln den kann ich jetzt erschießen ich muss die lunte anzünden hier haben wir den heißluftballon vom himmel geschossen geil tja du verlässt diese stadt nicht mehr creepy man war denn ich eben noch grün meisterschütze es braucht feuerwerk auf dem dorfplatz hier ok ziehen wir jetzt noch eine zigarette rein ich zünde mir jetzt die zigarette an wollte ich eigentlich sagen und dann beende ich diese aufnahmen sich das ein windelbild da wimmeln wir doch gleich mal los mit zigarette geht das immer sehr gut männerkleidung abfüllen messer dollar sechzehn layer achtzehn tolles spiel ich muss also drei gewinnspielen außer ich finde es zufällig ich gucke mal drauf ich bin gespannt was dollar sechzehn layer achtzehn ist eine fliege habe ich eben schon eine fliege gesehen also ist das jetzt eine fliege ist das ein tier oder ist das hier jemand am hals hat das ist die große frage ach der knopf war dollar sechzehn layer achtzehn danke gut zu wissen schnalle zum schnalle ja löffel vielleicht ja löffel würfel bonbon hat die eine fliege im maul vielleicht eine statuette oder so das könnte könnte auch mit viel fantasie eine fliege sein was war das ach die schere zweigbündel zweigbündel oder nicht kaffeebohnen würfel da ist der würfel da sind die kaffeebohnen feefliege und zweigbündel feefliege und zweigbündel guck mal grad wieder auf die sich verändernden dinger aber es sieht nicht so aus als wer da was so ein fee doch ziemlich hässliche fee für mir sind feen immer sehr hübsche mädchen aber hier war das ein zweigbündel wahrscheinlich ja jetzt eine fliege gibt mir einen tipp ist es ein tier oder es ist ein kleidungsstück das ist alles was ich wissen will da ist sein tier 228 ja kann man machen männerkleidung jay dann kann man den hier anziehen wahrscheinlich entweder den oder den großen scheinbar den großen feuerwerk nur ein feuerwerker und eine junge ach so männer jungen ich verstehe plötzlich macht alles sinn dann geht es zum platz dann starten erst mal die hier aus jungenkleidung was muss ich tun Hä? Hä? Banane, selbsterklärend, ne? Ist total selbsterklärend. Hä? Was soll ich denn hier machen? Ding, ding, ding. Ding, ding. Ding, ding, ding. Wie, diese Ding, ding? Soll nicht heißen, diese Ding, ding? Was? Ja, danke. Danke. Ich konnte aber nur zwei kriegen, wie soll ich so eine lange Seance da hinkriegen, bitte? Was ist das? Eine zerbrochene Maske, ja, schön, danke. Puppenmeister, ja, ich bin Puppenmeister, genau. Kleber, zerbrochene Maske und wieder eine heile Maske. So, jetzt machen wir erstmal Party hier. Feuerzeug haben wir noch, haben wir noch. Feuerzeug, ja. Fürst der Vögel. Ja, ich hab die nur verjagt. Aber ich bin natürlich der Fürst der Vögel. So ist es einfach. So ist es einfach. Was willst du machen? Ich brauche Hämmer und Treibstoff für die Figuren, damit die Glocke läutet. Der Hämmer? Oh, ich hab doch hier ein paar Hämmer. Fertig. Geh raus! Überraschungstrue, was ist dort, was ist wohl drin? Einen Tipp! Ja, sehr gut, danke. Danke sehr. Ich brauche Hämmer und treibstoff für die Figuren. Schöne Aussicht, sie kann mir beim Minispiel in der Bibliothek helfen. Was für ein Minispiel in der Bibliothek? Was? Was laberst du? Ich brauche Hämmer. Ich brauche Hämmer. Hier sind doch Hämmer. Ah, der nimmt sogar einen. Das passt nicht. Da treibst du wahrscheinlich auch keinen. Ah, der muss doch den Hammer da in die Hand nehmen, oder nicht? Aber nein, das passt ja nicht. Was ist denn für ein Minispiel in der Bibliothek? Das interessiert mich jetzt gerade, nee, äh, weiter. Ich wollte eigentlich mal auf die Karte gucken. Es gibt keine Bibliothek. Es, es, es gibt einfach keine Bibliothek. Es tut mir leid. Ich würde gerne jetzt ein Minispiel in der Bibliothek machen, aber es gibt keine Bibliothek. Das ist sehr, sehr schade. Oh, da fehlt immer so ein blödes Gesicht. Wo ist denn hier eine Bibliothek? Sarens. Das ist auch keine Bibliothek. Da hat es gerade noch geglitzert, aber wahrscheinlich kam die Abfrage wieder zu spät, ob das schon gemacht wurde oder nicht. Kann man das mitnehmen? Ah, da ist aber noch so eine Münze. Wo ist denn hier eine Bibliothek? Das ist auch keine Bibliothek. Ich finde keine Bibliothek. Es tut mir leid, Spiel. Na, eigentlich tut es mir nicht leid. Platz. Waren wir nicht eben irgendwo, wo so ein Schild Bibliothek stand? Kann das nicht sein? Aber wo war denn das? Nee, hier können wir ja auch nur hier rein. Wir waren an so einem... Da standen noch mal so ein Schild. Aber ich weiß nicht, wo das war. War das hier? Bibliothek. Aber die Tür ist mit einem seltsamen Mechanismus. Ja, ich würde mir den... Die Tür... Ja, ich würde mir den Mechanismus... Ist das ein Uhrzeiger vielleicht? Ich würde mir das mal gerne näher angucken. Aber naja, es soll wohl nicht sein. Dann danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns entweder gleich wieder oder in der nächsten Folge, je nachdem wie ich schneide. Ich danke euch fürs Zusehen und bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen! Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zur neuen Aufnahmesession von Apothekarium. Es ist wahrscheinlich, glaube ich, wieder mitten in der Folge, wenn ich mich nicht täusche. Es ist ewig her, dass ich es gespielt habe und ich weiß gar nicht mehr, was ich tun muss. Was ist denn hier meine Aufgabe auf der Turmschlitze? Aha, was... Äh... Die Tür ist durch einen seltsamen Mechanismus verschlossen. Was mussten wir denn tun? Was? Was? Äh... Was? Eine alte rostige Tür. Ich habe einen Uhrzeiger, einen Hammer, eine Maske... Schere voll auf Schere... Ich denke, so funktioniert das nicht. Da ist doch eine Uhr. Kann ich denn da... Da ist doch eine Uhr. Kann ich denn da nicht einen Uhrzeiger dran machen? Ich denke... Da ist doch... Oder? Da ist doch eine Uhr. Da ist eine Uhr. Die Krähen sitzen überall auf der Turmspitze. Haben wir die nicht schon verjagt? Die haben wir doch mit dem... Mit dem... Mit dem Feuerwerk verjagt. Sitzen doch gar keine Tränen... Tränen auf der Kurmspitze. Ich brauche Hämmer und Treibstoff für die Figuren. Ja genau, wir haben ja den Hammer, aber den... Hammer nimmt er ja nicht... Den will er ja nirgendwo hin tun hier. Doch, da will er... Ah, okay. Jetzt brauche ich noch Treibstoff. Stein, Uhrzeiger, Teller, Schere, Feuerzeug... Heereflasche... Da haben wir noch einen Hammer. Aber so einen Hammer brauchen wir ja nicht. Denke ich mal. Okay, da ist noch so eine Münze. Wollen wir nochmal in den Ingame-Shop. Wir könnten ja... Achso, brauchen wir ja gerade nicht aufladen. Wir haben ja noch Tipps. Extra Ladung haben wir da. Wir können ja mal einen Tipp holen. Ja, ich brauche Hämmer und... Ach, da ist noch was. In diesen Blumen ist eine seltsame, pollenartige Substanz. Ich brauche... Irgendwas brauche ich. Ich brauche einen Behälter, um sie zu sammeln. Aha, leere Flasche. Das passt nicht. Teller. Ich denke nicht, dass das so geht. Das ist ja auch Schnelligkeit, ja. Ich sammle alle Pollen. Ich habe keine Ahnung wozu, aber... Hauptsache ich habe sie. Achso, achso, achso. Na klar, Treibstoff aus Blumen. Was denn sonst? Wir haben jetzt Blumentreibstoff. Klar, wir fahren jetzt mit Blumen in der... Ne, die Maske wollte ich nicht. Ich wollte jetzt hier meinen Blumentreibstoff. Treibstoff aus Blumen. What the fuck, man? Was geht denn bei diesen Leuten ab? Wir fahren jetzt mit den Pollen von Blumen. Also wir fahren nicht, aber wir... Es passiert auch gar nichts. Hämmer und Treib... Habe ich doch gerade! Muss da... Muss hier auch noch Treibstoff rein? Aha, okay. Und jetzt? Da ist noch eine Münze. Achso, jetzt kann ich hier dran drehen. Und jetzt? Einen Stein dagegen werfen. Was... 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 Was soll ich tun? Spiel, sag mir was... Was ist denn jetzt hier das Problem? Da kann ich jetzt... Ne, da komme ich nur nach oben. Ah, jetzt ist hier die... Was fehlt hier? Der Mechnern ist vollkommen verrostet. Ein wenig Öl würde hier Wunder bewirken. Boah, die Musik ist ja viel zu episch. Okay, wir brauchen also Öl. Aber ich... Oh, da war noch eine Münze. Warte. Da ist eine Münze. Wir brauchen also Öl. Wo kriegen wir denn Öl her? Da kann ich nichts mehr mitmachen. Ein wundervolles Monument. Ja, wunder. Wundervoll. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist auch ein Mechanismus, den ich mir aber nicht näher anschauen kann. Und da ist das, was mir auch nicht viel bringt, das mir anzugucken. Da komme ich hier wieder zurück. Aber hier war auch nichts mehr. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nein, hallo Tipp. Hallo, Tipp. Ach, hier vielleicht. Aber hier ist ja auch... Ah, hier fehlt bestimmt eine Maske. Positioniere die Masken richtig. Wie positioniere ich? Ach, hiermit. So, die sind richtig. Oder, oder was? Achso, ach, der kann... Ah. Okay, warte. Okay, warte. Dann muss das erstmal rüber. Das muss da hin. Ah, da fahren die alle runter. Okay. Ich den jetzt da rüber hole. Und der müsste jetzt nach oben. Aber die müssten ja direkt nebeneinander sein. Das heißt, wir machen den jetzt einen nach oben. Und der grüne muss da hin. Und der grüne muss da hin. Und da muss dann noch der... Die müssen noch den Platz tauschen. Ach, schon wieder hier in the Hall of the Mountain King. In der... Dings, ne? Wisst ihr, ihr wisst ja, was ich meine. So, den, wenn ich den jetzt da rüber bringe. Aber warte, dann muss der ja erstmal hier einen rüber. So. Und den jetzt hier da drauf. Dann müsste es das gewesen sein. Yes! Drei Münzen. Und wir kriegen eine Säge. Eine Eisensäge. Eine Eisensäge, die kommen wir doch bestimmt... Äh, wer der, wer der, wer der? Was? Ich möchte... Kann ich hier nicht weiter? Hier war ich doch... Ach, da zum Platz wollte ich doch. Wie kam ich denn jetzt da hinten hin? War das hier? Ja, hier war das. Kann ich jetzt mit der Säge... Aha! Kann ich durchsägen? Und finde eine Ölkanne! Mit der Ölkanne kann ich jetzt... In den Turm gehen. Und das hier ölen. Ja, erstmal drei Liter Öl reingekippt. Das ist immer gut. So, und jetzt? Ja,ельзя das wieder ölen. Äh, contacten. Ja!